Wir sind in der Finale von der Böhre und der 1. Und für die beiden, wir sind jetzt zum letzten Mal heute Abend. Es ist Weltzeit! Hey cool, man. Ja, cool, man. Hey endlich mal ein Ding, da. Ich bin kein Ding, ich war so ein Sport, mein Fehler. Und deswegen schick ich ihnen direkt von der Bühne. Hey, hoch geht's, man braucht eine Maniküre. Hey, ich will mich an der Bühne schicken. Hey, ich will mich an der Bühne schicken. Hey, ich will mich an der Bühne schicken. Deswegen, hey, ich will das jetzt mal in die Bühne schicken. Ich soll dir vorher reden, das soll dir schicken ich auf den Weg. Ja, Herr Puck, jetzt noch mal, du wirst nicht wegwerfen, ich bin auch nicht zu, wenn du ein Arm ja schlecht hättest. Und das Leben, wer ja nie sich verstört. Ich war auf Wasser, ich hab dich grad nicht vor. Und es war einer Platz zu spielen. Und du brauchst ihn gar nicht abzuspielen. Die Grenzen zählen und verstanden. Das ist eine Scheiße-Mission. Der Scheiße-Mission. Bescheid mir nur. Auf den Kicker-Better. Er macht am Trepp, am Rauch, Hörst an den Wolken. Ja, ich bin so wohl verschieden. Komm, leist mal ein süßes Vertreter im Job. Hey, ich will mich an der Bühne schicken. Ich will gar nicht stehen. An der Bühne sind die Bühne schocken. Ich hab mich an den Weg. Hey, ey, sag mal. Ey, ich will dich nicht süß. Aber ich bin dort. Ich bin auch mal Musiker. Ja, ich hoffe, meine Damen und Herren. Sehen du ihn gut. Ich glaube, der Endeffekt, was wir nie wieder tun. Also, sie ist einfach nicht. Mein Name ist nicht. Mein Ruhig, mein Ruhig, mein Ruhig. Mein Ruhig, mein Ruhig, mein Ruhig. Ich weiß gar nicht stehen. Ey, er klappt mir ein. Du musst du uns nicht sagen. Ich bin geliebt. Das ist ein Super-Proof. Ey, klappt noch mal. Und er ist ein Super-Proof. 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 Ah, der Werk ist ja gut. Ey, verdammt, mein Ruhig. Das ist ein Super-Proof. Und er ist ein Super-Proof. Ey, verdammt, mein Ruhig. Du musst du sein, komm eins gehen. Holger, du bist raus. Und ich kann's jetzt fein gehen. Ey, ich sprung um die Ecke. Und ich werd noch gehen, um deine Wohnung zu zählen. Ey, ich weiß, wo du wohnst. Trotzdem scheiß ich auch mit wohnen. Und ich weiß, dass ich das mit dem Preis nicht beloh'n. Ja, verdammt, man. Ey, ich glaube nur, man. Und ich glaube, es nötig schwitzt. Ich lasse die Wicke erst aufs Geld nötiger als ich. Ja? Ey! Und du wohnst mir vorhin in den Käse gespollt zu werden. Ist nicht für dich, Junge. Geh doch, die Wolle. Ja, Mann. Dabei spielten wir Hockey und Tennis. Im Endeffekt, Mann. Seine Freundin heißt Dennis. Ey! Meine Freundin ging sexisch und heißt Dennis sehr gut. Aber ich bin verdammt besserer, exiger als du. Wenn ihr noch Bock habt, dann haben wir eure Hoffnung. Wir machen das nur mal eine Minute ohne. Alles klar? Ja? Ja? Eine Minute, haut rein. Okay. Ich sag's dir mit einem Lieblingsunterdum und Follow. You can't spin, so wie auch wenn sie macht's. Ey, verdammt doch mal. Ich dachte, der liebt das Lied. Und die Leute, ich sag' ich eigentlich, sie lieben. Ich zieh's. Yo, er ist nur auf dem Körner am Ado Beda. Kommunisten wie ich will nicht zurück nach Nordkorea. Ja! Ja, Mann! So sieht es doch aus! Ey, verdammt! Hier ist ne Profi im Haus! Ja, hör doch mal. Du siehst morgen mit ner Pippa apart aus. Und ich weiß, ich hab ne Bombe am Start auf. Und Korea hat sie gespeist in Atome. Und ich weiß, halt noch wo ich wohne. Ja! Ja! Das weißt du! Verdammt! Jo, jo! Ey! Hey, denk dran! Er ist super im Trend! Aber kommt drüber! Wie magst du her, den Schwuler zu senden? Aber schade für ihn! Wir sind gerade im Team! Das ist nice, Mann! Du bist leider nicht immer im Team! Nein! Ey! Ich bin super im Trend! Aber trotzdem doppelt für uns! Wie cool das ist, gell? Ey, verdammt doch mal! Er hat keinen Platz von der Zeit! Und deswegen wird das heute gar nicht am Wald! Und wenn ich gar nichts am Wald! Er ist nur lange dabei! Aber im Endeffekt, Mann, hat er nur Standardbein! Ey, Mann! Du bist der Schwuleristisch wie Schwanzvergleich! Ey, wick da ran, Mann! Ich hab den Kranken-Scheiß! Ja! Ey! Auch wenn ich komisch brenn! Niemand auf der Bühne würd mich einen Showbie nennen! Ich bin weiblicher als Andy Corb Smith! Und ich weiß, ich bin ein besserer Einziehung! Wichtig! Na ja! Von wegen wick, Mann! Ich schick den Arsch vor der Bühne! Ich hab leider nichts über für diese Punk-Attitüde! Mann, eine Band mit Geld direkt vom Kleingeld! Ey! Nichts über für dich mit dem Preis-Geld! Ja! Aber du wirst noch mal! Und was zum Track-Wissen! Ich spiel so Punk wie Clash und Sex-Pistols! Glaubst du keine Ahnung? Von anderer Musik! Und deswegen ist nicht der MC, sondern der Punk-Aberlieb! Ja! Ja! Ich bin kein Ding, Mann! Ich hab allgemein nicht gegen Punker! Aber verdammt, Mann! Ich bin hier ehrlich wie ein Anker! Und genau das ist der Unterschied! Wie kennt man in Hamburg mich bald ein ganz buntes Gebiet? Ja, ey! Und ich quatsch ihn dir da ins ersten Anker. Ich hol den Anker schnell ein und mein Schiff fährt los und wird schneller als er. Ey, fern mal, Mann! Ich hör auf, 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 auf! Ja, ich hab aber noch keinen gehört. Ihr wisst es, Mann, ich hab den Scheißer geboren! Ja, Mann, keiner will dich noch sehen. Hey, ich würd sagen, du Kissen kannst dir jetzt ein Tränen. Nein, ey, ich werd wohl wie der König der Löwen und auf deinen Charon sagt noch weniger Mögen. Ey, verdammt nochmal, du hast die Vögel am Start. Aber eigentlich ist der Typ nur mit dem Pegel der Farbe. Er ist kein Gegenreich, wird lieber spielen. König der Löwen, das ist sein Lieblingsfilm. Ja, er steht doch nur in Kinderzeit. Also, pop das auf und niemand lebt denn erst. Nein, ey, ich würd sagen, du kriegst ihn. Ein Lieblingsbilder, den Brander und den Beatstream. Jungs, ich glaub, wir sind morgen Abend noch dabei. Wenn ihr so weiter macht. Auf jeden Fall ein geiles Blatt, man lernt für die beiden Gehörer. Und dann können wir auf den Ballen. Und wir stehen ja dank mir. Aber wie ich es nicht, aber sag ich nur, wir müssen trotzen. Also eigentlich würde ich sagen, beide Abend gewonnen, aber nachher nicht zu sagen, Abend, zum Glück, zum Glück. Aber es wird so gemacht, dass die Jury jetzt nämlich gar nicht mehr sagt. Die Jury sagt jetzt komplett ihr. Jetzt im Markt hat jetzt die Jury eure einzige Stimme im Ziel. Okay, es geht um den ersten Platz. Kommt noch ein bisschen mal nach vorne, damit man euch besser sieht. Also, wer im Haus ist für Nights? Wer im Haus ist für Holger Börner? Wer ist für Nights? Wer ist für Nights? Das war heute nicht für Nice und VfL, lautet mir leid. Deswegen geht das Mädel heute Abend an Nice! Vielen Dank für's Zuschauen!